Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnnie und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play City Skylines. Ja, wie man hier vielleicht schon... Moment. Ja, jetzt hab ich Froschenhals, Quark. Wie man hier sehen kann, habe ich schon ein bisschen rumgemacht. Ja, ich, also, ja, nicht rumgemacht, sondern ich habe hier ein bisschen rumgewerkelt, ein paar Pflänzchen gesetzt. So ein ganz paar, kleine wenige, so ein kleines bisschen. Ne, ich habe die Begrünung und so weiter gemacht, die Stadtteile habe ich jetzt auch mal gesetzt. 1, 2, 3, 4, die haben natürlich entsprechender Namen, 1, 2, 3, 4. Legt an euch, wie die heißen. Abt Namen damit, abt damit in die Kommentare auf Twitter oder Facebook, das ist ja egal, Hauptsache ich habe was. Ansonsten bleiben die halt so, ne? So, ne, also man sieht hier, äh, dezent, ich hab die ganze, hab mal ein paar Bäumchen gesetzt, gepflanzt, äh, hier, wie, ähm, na, wie heißt's? Ähm, ja, Büsche und überall, damit das Ganze mal ein bisschen mehr Flair hat. Das sieht also schon entsprechend anders aus. So, da hier bei den Gleisen, ich hab bei den ganzen Gleisen überall links und rechts gleichen Busch genommen. Ich muss mir echt mal ein Mod installieren, dass ich da durch, äh, durch die Stadt gehen kann. Also, das sieht man überall hier, damit das Ganze mal ein bisschen schöner aussieht. Sogar hier hin. Und hier ist, äh, hab ich hier hinten noch? Na, hier hab ich's auch noch, aber gut, in der beiden Industrie sieht das Ganze ja nicht so voll aus. Hier ist schon wieder besser. Also, es war ein Heidenarbeit. Ich glaub, ich hab insgesamt hier vier Stunden verbracht. Ja, es kommt ungefähr hin. Also, es war extrem viel Arbeit. Aber es hat Spaß gemacht und das macht was her. Vor allem, wenn man nachher dann irgendwann mal durch die Stadt gehen oder fahren kann. Da sieht das toll aus. Was mir zum Beispiel so sehr gefällt, ist das, was ich bei den Gleisen hier gemacht hab, mit den, mit dem Busch links und rechts. Da war eins, die Bäume, also das ist wirklich ordentlich. Vor allem hier hinten das Büroviertel, das sieht richtig, sieht teilweise richtig schön aus. Es sieht schön aus, das sag ich ja eigentlich. Nun denn, ähm, wir machen mal weiter im Text. Wir wollen Arbeitsplätze haben. Wie viele arbeitslose Bürger haben wir denn? Oh, 99 mit Abschluss. 100 mit Abschluss, 89. Hoppala. Äh, nee, wo war'n das? Hier, gell? 11 Prozent. Was können wir denn hier machen? Fehlt irgendwas? Oh ja, sowas fehlt. Wobei, wenn ich das richtig sehe, muss ich das nur im Wohngebiet, ich weiß es gar nicht, nur im Wohngebiet haben. Aber sowas könnte man noch dahin pflanzen, ne? Was soll er denn da fahren? Geht's da dran? So, geht's da dran. Und die fehlt wahrscheinlich auch. Oh ja. Fehlt richtig einer. Robcourt hierhin platzen, ne? Platsch. Und Speed Up. Schulen. Hat er da Schwierigkeiten? Ne, niemand eigentlich. Das müssen wir auch nochmal irgendwie ausweiten. Ah, sowas. Äh. Ihr kriegt einen botanischen Garten. Mal dahin. Reicht das aus? Blob, reicht aus. Ich will auch noch was. Ihr kriegt wieder den japanischen Garten. Das sollte auch ausreichen. Okay. Dann leckt mich doch mal dezent am Popo. Aber hier fehlen noch Sachen. Äh. Hab ich eigentlich noch irgendwas Kleines? Was war das hier? Park Bench? Nee. Gucken wir. Ah, Small Park. Hm. Hier in den kleinen Plaza können wir da hinten pflanzen. Da erfreut sich bestimmt ein Loch im Bauch. Äh. Wo war es hier? Genau. Hätte ich nicht nochmal so ein Plaza? Da vorne, hm? Hier gehört ja noch so ein Teil. Da war der Park Bench. 3-Row. Und der da. Das da. Spiral Park. Stimmt doch nicht. Wöp. Ich will hören können, dass ich sowas noch hab. Ist ein bisschen groß. Ich glaub, ihr spinnt. Und hier eine Bibliothek hin. Reicht das aus? Ja, aber da reicht's aus. Da reicht's dann auch aus. Oh, hier hinten fehlt ja auch noch aus. Uiuiui. Kommt doch vom Plaza hin. Ja. Reicht das? Jupp. Ah, hier fehlt immer noch was. Guck dir. Mach schon Plaza hier hin. Reicht das jetzt? Jupp. Da fehlt's immer noch raus. Das ist mir jetzt egal. Oh. Was haben wir denn da? Wie? Das erste ganz große Hochhaus. Gucken wir mal, sich hier dann was ändert. Ah, das geht schon los. Das erste. So, die wollen aber noch mehr, äh, wie heißt's? Genau, noch mehr Arbeitsplätze. Aber ich will keine Industrie bauen. Beziehungsweise, ich kann ja, äh, hier Büros. Ne, so bitte. Auch hin und klatschen wir hier alles mit Büros voll. Mindest, ja doch hier, die D-Zone hier. Mach mal. Hier noch Büros hin. Ja, okay, gut. Hier kann natürlich dann Industrie hin. Das ist ja Quark. Mach mal dort was anderes hinkleistern. Hast sich da hinten was getan? Nö, noch nicht. Ja, vielleicht noch was. Da krankt man aus. Eigentlich nicht, oder? Komm mal eins hin. Die freuen sich da durch, aber eigentlich dürfte das nächste mit zu tun haben, oder? Die brauchen einfach noch. Okay, da kommt das nächste. Ach, das. Ne, ich lass es mal, komm. Oh, da kommt auch das nächste. Schön. Schön, schön. Da weißt du was, komm. Wenn das schon so ist, dass sie doch irgendwie alles haben wollen, dann kann ich hier auch sowas hinkleistern. Was hab ich... Hab ich den da hingewahrt? Quatsch. Bescheuert. Oder nicht so ein riesen Ding da hin. Das kommt da hin. Äh, wo... Ne, nicht Schule. Friedhof war's. Äh, hallo? Ah. Da hin. Da geht's da hin. Ich muss ja mal kurz sagen, es sind keine Autobahnen. Ist das jetzt großartig? Ne, ne? Ah, da kommen schon ein paar mehr Häuschen. Ah, da auch. Wo bauen wir denn jetzt noch die... Büro's hin? Hier Büro's hin bauen? Und wir könnten... Ne, gut. Hier wird ja eh noch weiter gebaut. Wie mach ich denn das jetzt hier? Weil der... Hier mal Büro's weiter bauen soll. Und die dicken Straßen. Ne, hier ist das Dreh. Die da nicht. Ich geh jetzt einfach mal hier raus. Hier, da hab ich ja nix. Na, das da bitte. So. So. Ah. So, bitte. Kleinere Straßen. Äh. Dann hier. So weit. Da ist schon besser. So. Ein bisschen effizient muss man in der Hinsicht ja sein. Ah, immer noch eins. So, jetzt aber. Schon besser. Kann ich da drunter durch? Nein, kann ich nicht. Dazu müsste ich so. Das machen wir auch jetzt. Den hab ich mal prozessorisch gebaut. Wie auch ein paar andere. Hiervon. Das war bewusst. Damit ich die nicht vergesse. Und im Nachhinein irgendwie die ganze Infrastruktur komplett umändern muss. Machen wir das mal vorher. Indem wir das heißt herhin und da dran. Ah, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, ich hab zu viele Bäume. Ja, da müssen ein paar weg. Oh. Ist mir nämlich gar nix mehr. Das ist zu viel. Das muss ich Pannas gestalten. Ja, okay. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht die ganze äh, den ganzen Barweg da abräume. Dann Spüche da so unten hin machen. Jetzt zieht man wieder was. Dann klatschen wir da gerade ein paar Büsche hin. Wie sowas. Ein bisschen Grün soll da schon sein. Die haue ich jetzt einfach mal da rein. Ist nix besonderes. Mit den Büschen geht das nämlich. Die sind ja nicht so riesig. Auch wieder so einen typischen Weg. Achso, mit den Dingern gemacht. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gucken. Das sieht auch ganz in Ordnung aus. So, jetzt haben wir aber hier einen Weg. Und da kann ich dann einzeln heruntergehen. Wo sind die Straßen? Die waren hier. So, das geht aber da ran. Genau, so ist ein abstrakter. Genau, da geht's auch durch. Das hier bleibt dann ein bisschen, ja. Jetzt haben wir aber hier noch was. Das heißt, wir gehen mal hier lang. Jetzt machen wir da lang. Ich baue das jetzt einfach schon mal ein bisschen vor. So weit. Ich würde sagen, hier müsste ich durch können. Okay, wenn sie. Okay, so. Dahin. So, jetzt müssen wir noch schnell wegen den Ampeln. Weg. Braucht keiner. Weg. 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 Hier nach drüben will ich eigentlich keine Verbindung machen, aber ich kann trotzdem eine machen. Und zwar... gehen wir hier wieder runter. So, in welche Richtung wollen wir das hier anschließen? Da ist, glaube ich, besser. Hier muss definitiv noch ein paar. Team wieder weg. Kann ich aber auch hier noch eine, äh, machen? Wat? Ah, ist wieder dumm. Hier rüber. Und dann bleiben wir doch gerade in der Höhe. So, die kriegen aber keine Verbindung. Oh, das wird genutzt. Wo wollen die jetzt lang? Ach, da sind die Bülver. Okay, stimmt ja. Die gibt es ja auch noch. Also, oh. Wie sieht es jetzt hier hinten aus? Da hat sich jetzt nicht so viel getan. Irgendwas scheint da doch noch zu fehlen. Das haben sie. So ein Dings haben sie auch. Feuerwehr. Bulli-Die. Hm. Ich wüsste jetzt nichts. Na gut, ich wollte ja hier weitermachen wegen... Ja, genau. Äh, Wasser ist hier soweit. Können wir mal gleich hier nochmal durchziehen. Zack. Können wir das hier hinten eigentlich gerade fertig machen? Da ist er ja. Zack. Kreuz und quer. Ist nicht schwer. So. Dann gibt es hier jetzt... Äh, da gibt es nochmal Industrie. Das kann ich notfalls abreißen. Dann kommt zwar das Kraftwerk hin. Und jetzt kommen hier diese hier hin. Zwar erstmal in nicht allzu großer Anzahl. Wir gehen einfach mal dann weiter bis hier runter. Die haben ja eh eine direkte Anwendung. Die können ja eh rüberfahren. Muss man noch Buslinien noch setzen. Und die Leute da rüberkommen. Äh, was fehlt jetzt hier? Feuerwehr. Ist da eine? Da eine. Kommt. Okay, Feuerwehr kommt. Und wo ist die nächste? Da. Dort eine hin. Polizei ist die nächste um die Ecke. Dann muss da keine hin. Aber ich sehe, gerade hier kann ich immer noch eine Bullerei hin. Ah. Muss sogar hier hin, hä? Ja, das ist gar nicht verkehrt. Sollte man vielleicht aber hier noch eine hinsetzen. Ja, das ist jetzt wieder viel gucken und tun und machen. Und hast du nicht gesehen. Die hier wollen jetzt auch wieder irgendeinen Krempel haben. Ah, kriegt eine Bibliothek hin. Wollte gerade sagen, sollte ausreichen. Achso, ich muss ja den Weg hier runter setzen. Ah, das passt natürlich prima, dass wir hier runter können. Äh, da ist der Weg. Ey, es ist nicht dran. So, jetzt ist das angeschlossen. Jetzt können ihr das auch schön nutzen. Da müssen sie sogar gar nicht rüberfahren, sondern sie können rüberlaufen. Noch nutzt es keiner. Jedenfalls sehe ich hier niemanden. Wir können aber auch nochmal gleich sowas machen. Ah, nee, da müssen wir und hier und da und dann können die sogar komplett durchlaufen. so, das wird jetzt genutzt. Genau, so gefällt mir das. So, einen Bus wollte ich noch machen. Bushaltestelle und zwar fangen wir an. Äh. Wir fangen hier an. Einmal hier hin. Also im Kreis, gell? Einmal hier hin. hier hin, hier hin, da hin, da hin, da noch, da noch. Ah, jetzt muss ich gucken, wie ich lang fahre. Da darf ich nicht lang, genau. Lang, hier lang, hier lang, hier lang. Darf ich nicht lang? Darf ich hier lang? Ah, da oben muss ich lang, so. Die Höhle stelle da oben. So, genau, jetzt haben wir die auch mit den Kunden. Okay, ich muss hier lang. Und jetzt kannst du abschließen, genau. Dann haben die auch sowas. Oh, wann müsste ich noch machen, oder? Eigentlich nicht. Oh, da haben wir ein kleines Hochhäuschen bekommen, schön. Immer noch. Hier hinten groß was getan. Ne, leider nicht. Schade, ich hab gedacht, hier tut sich ein bisschen mehr, was Hochhäuser betrifft. Ja gut, okay. Irgendwann. Wir haben mal den Dicken hier, ne? Genau. Hier. Genau, da müssen dann nachher noch überall Bäumchen und so weiter hin. Oh, da staut sich's. Warum staut sich's hier? Staut sich das da so sehr? Das geht ja noch, aber Okay. Wie sieht's hier aus? 194. Das ist geil, Das ist eigentlich heftig. Ich überlege, man hat hier knapp 30.000 Einwander und so viele Hochhäuser. Das hat keine deutsche Großstadt hat so viele Hochhäuser. Nicht mal ansatzweise. Nein, selbst Frankfurt kann da nicht mitteilen. Wenn wir anfangen, das hier zu zählen, in Frankfurt zählen, da kommen Frankfurt die Tränen. Darf denn da einer komplett durch? Ja, aber die gehen hier lang. Ah, der arbeitet hier. Auch gut. Weg da. Wolke, Ampeln. Diese sind hier Ampeln. Hab ich die im Nachhinein... Ich hab die doch weggemacht gehabt. Mal drüber gucken. Hier sind keine. Hier nicht, hier nicht. Hier nicht. Gut. Was ist denn hier los? 105. Das ist ja ordentlich. Ja, gut. Da ist soweit. Ja, die wollen immer noch. Bauen wir weiter. Was sollen wir mal machen? Das machen wir so am besten. Das lassen wir dann frei. Ziehen wir das bis hier hinten durch. Da muss eigentlich die Straße durch. Das kann ich doch... Nee, halt, warte mal. Ja, nicht so. Tree Roar oder was das war. Spiral Park. Ich hätte selber gern andersrum. Ach, das ist doch... Kacke. Das ist ja Parking Lot. Nee, die ist zu groß, aber ich glaube, eine kleine. Walkway. Parkbench. wo war denn das gewesen, das Teilchen? Ah, die hier. Ah, die ist nicht groß. Nee, das passt da nicht hin. Gut, ich muss ja keine, äh... muss ja keiner, ähm, nix hinbauen. Ich kann auch einfach Bäumchen hinbauen. Bzw. ich bin so blöd, ich kann auch einen Weg hinbauen. Ich kann doch einfach einen Weg bauen. Warum mache ich es mir denn so schwer? Irgend so was habe ich eben Sud und, ja. So, jetzt haben wir einen Weg. Ganz einfach. So, ihr wollt wahrscheinlich noch was haben. Äh, nö, sowas. Nee, wo war das jetzt? Das war ja hier. Ich dummer schön. Nee, das ist ein bisschen groß, oder? Ich glaube, das wollen wir nicht. Was ist denn das eigentlich? Was denn, was habe ich denn da für ein komisches Teil? Part of a. Okay, das ist der X6-Bilding. Okay, das kenne ich jetzt nicht. Okay. Wobei ich da ein komisches Teil geholt habe. ein paar Bäume. Die hatte ich glaube ich auch schon mal. die waren nix. Spiral Park. Auch so groß. Ich will jetzt nicht so riesen Dinger da hängen pflanzen. Dann wird es halt der wieder. Vielleicht natürlich nicht. Dann muss der da noch hin. Und da muss noch einer hin. Reicht euch das jetzt? Jupp. Jetzt reicht es. Die wollen immer doch. Nämlich warum hier nicht mehr wird. Wird auch nicht mehr. Und okay, das kann natürlich sein, weil es ja nicht Platz ist. Muss mal gehen. So, wieder da. Ja, es ist im Moment sehr spät. Ich hatte auch eigentlich nicht so die Lust aufzunehmen. Aber ich muss, sonst komme ich in Verzug. Das will ja keiner. Ne, ein zweites brauche ich noch nicht. Das ist zu früh. Ach, genau. Ne. Verordnungen, Richtlinien, genau. Ähm. Recycling, Rauchverbot, Parks, Erholung, Bildungsschub. Kontrollierter Drogenkonsum. So. Und was ich hier noch machen wollte. Förderung des Radverkehrs, Verbot von starkem Verkehr. Das da. Nicht mit mir, was war das? Ja gut, das ist da eh nicht. In diesem Video können nur Anwohnerndgeschäfte, Motorfahrzeuge benutzen, allen anderen ist das verboten. Ne, das wollen wir da nicht. Da auch wenig Sinn. So. Was will ich eigentlich für alle haben hier? Ne, das nicht. Äh, Recycling. Aufverbot, Parks und Erholung, Bildungsschub. Kontrollierter Drogenkonsum. Soll für alle sein. Genau. Förderung des, das auch. Steuern will ich jetzt hier nix. So, das hat extra. Genau. Genau, das war's dann erstmal. Kostet natürlich ein Batzen Geld. Aber wir haben's doch. Wir haben's doch. So, ich kann ja gebietsmäßig das glaube ich noch bis hier hinten ausbauen. Oder hier rüber. Genau, das geht noch hier rüber. Dann habe ich hier vorne sogar ein Ick. Das würde ich aber gerne hier ein bisschen ändern. Das sieht so komisch da aus. Okay, so weit sind wir. Den Strand habe ich ja keinen, ne? Den Strand haben wir ja keinen. Jetzt muss ich gerade wieder gehen. Eieiei. Was basteln wir denn jetzt? jetzt wollen sie langsam auch wieder Wohnungen haben. Wir sollten aber vielleicht den Bereich hier hinten noch ausbauen. Ne, sowas hatte ich eigentlich keinen. Kommen wir einfach mal da raus. Yo. Was hier? Was? Mal anschließen? Oh cool, dann machen wir das natürlich. Dann können wir hier aber nochmal rausgehen. So. Dann können wir hier hinten jetzt noch, wenn wir wollen, möchten oder Bock drauf haben, ein bisschen Gewerbe bauen. Das machen wir auch. Nicht allzu viel, aber wir werden. So. Das da noch. Kommen. Wir wollen wahrscheinlich eh nicht so viel haben. Aber zumindest ein paar Sachen können sie haben. so, wollt ihr hier irgendwas haben in der Hinsicht? Ne, wo war es hier? Jedes Mal, fragst du was. Ah, ne, ne, würde ja auch gar keinen Sinn machen. Also wollen sie mehr haben. Okay, können wir haben. Gibt's hier nochmal was? mal den Bereich hier voll. Da. Können wir gleich hier das voll machen. Äh, genau, das kann man anschließen. So. Ne, das ist mir eigentlich zu nah dran. Genau, da soll so ein bisschen Lücke auch dazwischen sein. Okay, das werden sie nicht bauen. Das ist abvollziehbar. Ah, hier können wir aber gerade schon mal einen Weg bauen, wenn wir schon hier sind. Wie sieht der aus? Das war klar, hässlich ohne Ende. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn da passiert? Wie sieht denn das aus? Fällt mir nix ein, sorry. Fällt mir nix ein. Das ist ja mal behindert. Das ist ja mal behindert. Gott ist es. Also das ging ja mal überhaupt nicht. Sorry. So, brauchen die jetzt da hinten überhaupt was? Äh, hier. Ja, definitiv. So, dann machen wir jetzt folgendes. Den kommt jetzt da hin. Wahrscheinlich vollkommen ausreichend. Jupp, nur hier oben nicht. Kommt das da hin. Oh, jetzt wollen sie doch langsam Wohnungen haben. Geht doch. Aber wir machen das hier hinten jetzt einfach noch voll mit, äh, Gewerbe. Da kommt dann noch Büros hin. Die haben ihre Wege da hohen, da runter. Genau. So, das reicht dann soweit. Jetzt wohl der Wohnungen. So, wo bauen wir die Wohnungen jetzt hin? Hätte sich hier irgendwas getan? Nee. Aber hier wird, glaube ich, gut. Ja. Wird schön gelaufen. Ähm, ich geh mal schnell in die Küche. Hier, Moment. Äh, ja. Kurz Küche, genau. Trinken holen. 005, 526. Irgendwo ist es lo pas. Hier, hier trägt etwas Gutes aber noch. Im Übrigen zwei Knäsen sojeisen gehen. und seld fallen. Und schnapp das Gutes jetzt... Da wäre ein bisschen... so da bin ich wieder wo ist der hat das wirklich gemacht ja natürlich habe ich das gemacht was soll ich dir machen sollte jetzt pausieren oder was war quark okay die baut definitiv leute die schaffen überhaupt raus hier kommen wir werden das hier hinten jetzt wohnungen direkt neben der buhlerei das heißt hier hinten muss ja dann auch okay gut dann kommt hier in die zweite universität hin und alles andere ein krankenhaus genau habe ich ja da haben wir da hinten das haben wir da große braun mannig haben wir da das haben wir da schule fehlt hier kommt dann einmal dahin und die andere kommt da direkt dran ist mir egal aha sie mal einer sie mal eine ante haben einfach nur leute gefehlt boah geht da noch so ein pimmel noch so ein pimmel gelb cool ach das ist ja da muss eins von den gebeten von den teilen sind ich mit da zugelegt der heilige mutter wie die da aus den aus dem boden geschossen kam boah gut okay weiter im text ja das ist wieder zu nah soll er nicht so nah sein bzw es werden dann so nah sein dass man da ich viel bauen kann naja gut okay kleine sachen das können auch dann büros werden könnt ihr vereinzelt jetzt büros hin blick ich jetzt wirklich so klein an ja so das hier werden wohnungen nein 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 falsch nein diese hohen bitte äh wohnungen sind hier hier kann ich auch dann wohnen ein 10 wieso fehlen da immer vereinzelt welche ach gar nicht da fehlt ja eine ganze reihe sag mal da fehlt wieder einer so hilft das jetzt ein bisschen das wachstum hier war ja krass plopp alles da hier büros industrie wo kommt da was höheres hin äh nicht wirklich äh wie zufrieden seid ihr eigentlich äh ne da okay die sind überhaupt nicht zufrieden die spieler die spieler die spieler für mich mal einzeln bauen die bibliothek dahin gesetzt da so können wir das in der mitte gleich voll machen komm jetzt hab ich aber alle erwischt so gut das kommt dann noch ach so oh da hat gar kein wasser da oben da hat doch wasser Strom Wasser ah ja man sollte richtig gucken zack ok da hat's banalik hat einfach nur an leute gefehlt an leuten hat's gefehlt oh das wird auch benutzt aber nur von hier bis darüber auch da kann man doch hier noch einsetzen na kann man doch den weg noch einsetzen na gut was soll's so die haben jetzt aber hoffentlich alle ihre bereiche genau oh da kommt zuerst hoch raus schön das ist schon hart die ersten Bewohner wupp geht hier alles hoch aber gut so ist es manchmal ne nicht genügend gebildete Mitarbeiter apropos 97, 97, 98 oh Uni ist hoch da habt ihr aber eigentlich genug ähm ja doch gut dann muss hier hinten halt jetzt ne Uni noch zack jetzt müssen wir mal schauen so so aber an der Seite würde ich gar nichts bauen so aber an der Seite würde ich gar nichts bauen ach da nur überlegen ich hab ich könnte eigentlich noch ein der Bahnhof ist hier könnte eigentlich noch einer hin jetzt weiß ich noch nicht mal in welche Richtung der ging nicht in die falsche ne ne da müsste ich jetzt wieder alles umbauen ne dann ist hier Pech dann muss das da hinten reichen ein einzige was ich machen kann ist unter Tunneln hier rausführen das kann ich machen ist aber auch komisch hätte ich hier nicht ne hab ich nicht unter Tunnel stimmt gut und hinaus kann ich auch nicht einfach so wohl hier vielleicht dann machen wir das hier mal wieder weg äh Schienen sind da Quark 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 das will ich das ja gar nicht haben ey was mache ich denn da da kann ich doch dann gleich unten lang hallo hallo was wird denn das hier jetzt so ach ah da Bahnhof da geht er dran so ich bin doch jetzt raus und da lang da geht er dran da geht er dran Genau, nochmal da lang. Ich müsste das hier weg. Okay, da hinten ist nix. Kann aber folgendes machen. Erstmal hier das wegmachen. Schön am Rand entlang. Ist die Schiene? Ah, da ist sie. So, können wir aber auch hier sowas noch dran machen. Dann hat man da einen Kreis. Nice. Genau, da wird auch schon das erste hingefahren. Äh, Straßen sind hier. Gehen wir hier raus. Ach, Dreckding. Oh, leck mich schon. Oh, da geht's auch nicht raus. Das geht natürlich. So. Das hätten wir. Dann haben die da eine Verbindung. Gut, die müssen immer drum herum fahren. Oh, das liegt jetzt hinten dran, aber sehr platt. So. Guck mal, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr nutzen. Auch wenn es nicht wirklich was bringt. Genau, jetzt kann der da nämlich lang. Jetzt fehlt allerdings die zweite Linie. Äh. Die, die vorbeifahren wollen. Ich glaube, das könnte Chaos werden, was ich da jetzt vorhabe. Ich glaube, das ist immer mittelfristig, aber... Cut. Na ja, da fängt's schon an. Super. Genau das ist es. Wer will da lang? Nee, dann muss ich das abbrechen. Das muss da weg. Geht's nämlich nur in die... Ja. Dann müssen wir das lassen. Dann hat das da hinten einen Kreis. Ansonsten nichts. Außer, was ich machen kann, ist... Wieso kann ich jetzt hier nicht drunter? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ich werde zu steil, oder was? Hallo? Muss ich das aufdrücken? Das ist geil, das geht nicht. Ach, dann leck mich doch am Arsch. Kann halt nicht. Das machen wir hier, weil wir da Büros sind. Weil das wird zu laut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was es genau wäre. Was es sind. So, das da unten kann ruhig Gewerbe bleiben. Das wird sein. Gewerbe wollen sie soweit auch haben. Ach, kann mir auch Büros hin basteln. Ach ne, außen wollte ich ja gar nichts machen Ne, da soll nichts hin Da noch, aber Das hier schon nicht mehr Ne, das auch nicht Die hier unten können bleiben Ne, das war hier Oh, gut noch Das Ding hilft wirklich Total komisch Na ja gut, was soll's Hier ist reges Treiben Komm mal, drei von den Dingern Hat sich hier noch mal was getan? Ne, ne? Gehen wahrscheinlich immer noch die Bewohner Ich pisse auf mich mal gerade Kehle ist ein bisschen trocken Oh Oh, das ist Moment So Boah, das ist echt anstrengend bei dem Wetter Es ist Samstag Ne, Sonntagmorgen Später haben wir es jetzt 1.38 Uhr Boah Okay, wir haben jetzt noch 2.39 Uhr da Immerhin mal Da hab ich wieder viel Arbeit Wenn ich das hier sehe Sehr viel Arbeit Das mach ich aber auf Screen Das mach ich nicht Äh, beim Zocken Während hier das dauert So lang Also wie gesagt Ich hab Gut, das war die ganze Stadt Soweit ich hab Aber 4 Stunden Oder so dafür gebraucht Das muss ich euch Glaub ich nicht antun Ja, genau Machen wir aus Und rüber Jetzt haben wir Können wir hier vielleicht noch rüber? Das will ich aber noch probieren Wie geht das? Oh, genial Uh Genius Boah, von oben nach unten geht nix Von hier drüben wär's noch schön Wenn man hier rüber könnte Nee, da ist kein Platz Müsste ich hier hin Aber das geht auch nicht Okay, gut Dann hat sich das schon mal erledigt Das mit dem Regen sieht cool aus Der Asphalt Wenn der nass ist Hier unten sieht man das so schön Ach, das ist schon Ja, ja Gut, okay Die haben einen Kreislauf Muss halt gucken Wenn hier noch mehr Gewerbe hinkommt Das ist ja generell Ich hab ja den Güterbahnhof nur hier oben Und hier unten ist aber halt Auch noch massig an Gewerbe Und hier hinten soll ja nix mehr fahren Apropos Was macht eigentlich die Gesundheit? Fünf, acht Prozent Deutlich verbessert Friedhofsauslastung Okay Soweit noch in Ordnung Äh Wir sind hier hinten immer noch Was ist mit den Leuten hier hinten? Sind die denn Ne, hatte ich hier irgendwie was vergessen? Nö, das bleibt alles Lass ich auch mal so Ist da alles voll Wie sieht's eigentlich aus? Hier war das Über 2.000 mit dem Bus Wow 5.500 Leute Bis 153 Touristen Aha Apropos Touristen Da müssten wir auch mal Irgendwelche Sachen bauen Was gar nicht Wohin? Ich könnte ja Was ist das Teil? Hier der Busbahnhof Könnte ich ja Hier hinten Kann man ja noch was Weiter bauen Können wir hier vielleicht was machen? Da ist ja die Autobahn Direkt daneben Mal gucken Mal gucken Da gibt's ja einiges Was man machen kann Ähm, genau Da seid ihr zufrieden Äh Okay, muss ich anders gucken Genug 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 Es reicht aus Was habt ihr alles? Gut, okay Dann muss ich Das mach ich aber nicht Heute Das mach ich Beim nächsten Mal Mit dem ganzen Verkehrskrempel da Ich wollte noch mehr Jobs Wir brauchen aber noch mehr Einwohner Bevor wir da weitermachen Das geht nicht Geht auch nicht Das geht aber Gucken wir mal noch eine Straße Hier einfach mal so Einfach mal da dran Da kommt mich was Genau Einfach mal so Wollen wir es können So Hören wir mal so was komisches Hier Dann können wir hier was in die Mitte hauen Oder eine Straße durchführen Durch bitte Das kann man dann von der Seite auch machen Einfach weil es lustig aussieht Dann können wir hier so lang Und hier lang Nehmen wir so lang bitte Oh geht doch Lustig Lustig Tja Schon wieder Na ja Jetzt hat man da so komisch Knick drin Natürlich lassen Okay Das geht Harte Kurve Tja Bisschen was gebaut Können wir hier jetzt auch weiter Wohnungen mal bauen Weil wir brauchen ja Leute Und so ne Ne das hebe ich mal auf Da mach ich weiter Da geht ja nix Genau Da kommen wir dann noch mal Äh Büros hin Genau Ich könnte doch da Ohne auch Gewerbe hin Basteln Ach das mach ich auch Komm Scheiß hier weg Kommt Gewerbe hin Ja Es wird Gewerbe Mir geht nicht rum Weil ihr kein Wasser habt Das ist nicht mein Problem So Jetzt wird erst mal hier Gewerbe hingepflanzt Den Ordner Vergessen Und weiter geht's Die da noch Das da Ach Das da Wieso ist denn da schon wieder Ah ne Da auch Zack So Dann können wir hier die auch gleich voll machen Ach da geht ja eine Oh wie süß Was Da wird auch nix gebaut Okay Schäte wird aus da nix gebaut So All zufriede Okay Was Scheiße Sehr knapp Ne Das ist das falsche Ruhe Das falsche Ruhe Ich brauche Pump Ja Da haben wir die Pump So Komm Zack 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 Wasser Wasser Regen Ach ja Das ist wenig Wohnungen Dann bauen wir noch mehr Bauen wir noch mehr Bauen wir noch mehr Dann bauen wir noch mehr Nein Konz Vergesse Nein Schon wieder falsch Was mache ich denn Mann 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 Gebläht Gebläht Vielleicht schon wieder was Ah ne geht nicht Ich wollte gerade sagen Das können wir aber noch hier hauen Dann können wir das da auch voll machen So Reicht das noch Nö Natürlich net Jetzt wird der Bibliothek Oder ne Guck mal Wieder ein japanische Garde dahin Ein japanische Garde Ich wünschte ja bis heut Ich wünschte ja ich hätte eine hier Aber Hier wird Hier gibt es keine Musch nach Gaiserslautern fahren Ich glaube in Wiesbaden gibt es auch einen Weiß gar nicht Die Dinger sind so hart Die drei Pibbel im Himmel Dann drei Oh Mann Tja Nächst und gedeiht Ich muss ja die erste Woche Aber es verbessert sich Ich sauf nochmal schnell was Oh ist das so warm Ah hier steigt schon nochmal Gut Okay gut Sobald ich natürlich Okay das werde ich dann wie gesagt Offscreen machen Wege setzen Das eine oder andere Eventuell korrigieren Dann noch natürlich Begrünung und so weiter Und so fort Das eine oder andere optimieren So Feinarbeiten Die ich jetzt halt nicht hier Bei der Aufnahme mache Aber das wie gesagt Einfach zu lange dauert Und das ist auch Das ist definitiv Auf Dauer irgendwo langweilig Und deswegen will ich euch das nicht antun Ich kann zum Beispiel Hier kann ich durch Kann ich hier lang Das kann ich noch schnell machen Ach nee Da kann ja Äh Wobei Da braucht ja ich Wird ja eh nichts verbaut Ja eben Das war falsch So jetzt haben wir den Weg Da kann ich noch lange Da kann ich doch gerade Durchgehen Ach scheiße Bis da hier Bis da hier Dann mache ich das jetzt aber So Jetzt scheißegal Dass das kaputt geht Und so Weil hier Wobei Ich könnte mal gucken Ah Das geht wieder nett So kann ich aber langweilig Dann kann ich das auch abreisen Dann haben wir Dann ist das da Genau Dann bin ich nichts verloren Jetzt können wir Da schön lange Oh Guck mal wie schön das genutzt wird Oh super Ob fällt mir das Wie im Erschebuch Ne wie im Lehrbuch Ach was hier los ist Wobei hier hin ist nicht viel los hier Ist aber viel los Müssen wir mal gucken Dass wir da vielleicht irgendwo Ach weißt du was Wir können doch hier einen Parkplatz hinbauen Oh das ist nicht das riesen Ding da Klatsch Wird wahrscheinlich jetzt kaum genutzt Aber das spielt ja keine Rolle Aber wir können doch noch Sowas machen Können wir hier Wo haben wir die Parkbänke da Ehh kein Spiralpark Komm an das geht nicht mehr da Ne das da gell Sag mal Wieso geht das da nicht Noch was Geht nicht gut Können wir jetzt hier aber Das will ich jetzt noch machen Dann wird die Folge jetzt ein bisschen länger Macht ja nichts Das ist ja nicht schlimm wenn die Folge ein bisschen länger geht So Gibt es jetzt noch was hier Oder wird doch nochmal ein bisschen gräser Schee gelle Da außen gibt es auch sowas Auch noch ein paar Büschi Genau hier draußen können ein paar Bäume Ja gemacht werden Also gepflanzt werden Die werden ja nett gemacht Ne Jo Haben wir auch diese was geschafft Ne Okay Google Nein Ja So liebe Freunde Dann war es das für heute Ich sage immer Vielen 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 Dank Fürs Zuschauen Wenn wir es dann so Ab damit in die Kommentare Auf Twitter oder Facebook Und wir sehen uns dann Im Entschuldigung Der freut sich noch da Und wir sehen uns dann Im nächsten Video Oder Stream In diesem Sinne Tschüss Und wir sehen uns dann